Was geht denn mit der Katze, Alter? Das ist eine Katze? Ich glaub schon. Ich dachte, das wäre ein Ensel. Servus, der Jakob. Also ich stelle euch heute mal Gear vor. Primärwaffe ist gerade eine ICS MK18. Wahlweise auch SR25 oder HK416 oder MP5. Backup. 3JW KP07. Zuverlässiges Ding. Zu einem IMI Holster. Andere Seite zwei Magazine. Ja, Plattenträger TMZ, gekauft bei Weapon762. Link kommt unten in die Beschreibung mit rein, wie immer. Ja, Magazine G&G, Midcaps, M4, Standard. Hier Dummy Messer drin. Funkgerät. Wenn ich es benutze, habe ich noch ein Push-to-Talk und Gehkopf-Mikrofon. Hinten drauf ist ein Rucksack, der mit Molle befestigt ist. Da habe ich einen HPH-Tank drin, die Trinkblase. Und noch lauter Zeug. Hier zum Beispiel ein Seil. Ja, hier habe ich noch ein Sling, wo ich die Waffe dann festmachen kann, wenn ich irgendwas machen muss. Wenn man Missionen in Spielen, wie Pilot retten, dass man die Waffe wegschnallt, dass er nicht rumbauen wird. Ja, also ganz leicht aufgebaut. Nur das Nötigste dran. Ja, hier am Arm habe ich noch so einen Organizer, wo ich dann immer die Karte vom jeweiligen Spielfeld drin habe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sieht. Combat Shirt, Amazon Gear, die Hose auch. Und ja, Schuhe. Was haben wir für welche? Keine Ahnung. Irgendwelche, die in der Knessel gut mit einpacken. Ja, sonst habe ich noch eigentlich immer nichts dabei. Und die Brille ist eine Swiss Eye Raptor. Kann man Gläser tauschen, gelb-weiß und das schwarze. Hier kann man schön einstellen. Finde ich ganz gut an Hellsinn-Ticken besser. Ja, meistens habe ich noch einen Helm oder eine Cappy auf. War mir gerade zu warm dazu. Also da habe ich den gerade nicht auf. Ist ein ganz normaler Fast Hand. Wo du den NVG oder eine GoPro oder sonst was vorne ran machen kannst. Ja, dann habe ich immer noch eine Uhr dran. Standard. Meistens eine G-Shock-Copy habe ich dran beim Spielen. Und noch irgendwelche Patches hier. To avoid injury. Shut the fuck up and drink coffee. Und hier, den habe ich bei Cotto in Zeller gekränkt. Was geht denn mit der Katze, Alter? Was ist das, eine Katze? Ich glaube schon. Was dachte ich schon an der Bergwied? Ich dachte, das wäre ein Esel. Junge, kann doch nicht sein. Ich will mal in Ruhe Video drehen, komm mal. Ja, und das war es dann so ziemlich nach dem kleinen Lachanfall. Muss auch immer sein. Und ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen die Waffe, äh, Plastik durch die Gegend jagen. Servus.